Hallo und herzlich willkommen zum Uploadplan vom 13. Juni bis zum 19. Juni 2016, Montag bis Sonntag, das Juni Woche 2. Ich heiße euch herzlich willkommen, ich bin Sattig S. vom Südölzmereinischen Fernsehen und dies ist der Uploadplan von dieser Woche. Los geht's am Montag mit voller Ladung Train Fever, 7 Uhr Staffel 1 und 18 Uhr das Nordic DLC. Dazwischen quetscht sich mal ein Projekt, was ich jetzt mal auf die To-Do-Liste getan habe. Und zwar 12 Uhr, Minecraft. Also jetzt 3 Folgen pro Tag übrigens, nicht so wie letzte Woche. Und wenn man das mal so im Wochenverlauf anguckt, sind 12 Uhr immer die Projekte, die mehr kommen. Also gucken wir uns das mal an. Montag, Minecraft auf 12 bis Mittwoch. Ab Donnerstag löst sich das dann 12 Uhr mit Train Fever ab, Freitag auch, Samstags wieder Minecraft und Sonntag wieder Train Fever. Das sind die zwei Projekte, die etwas häufiger kommen sollen. Dann Montag ist ja noch zusätzlich das Nordic DLC um 18 Uhr, Train Fever dann um 7 Uhr. Also am Dienstag ist dann der Euro Truck mit dem Philipp, 18 Uhr Skylines, Mittwoch die Insel, Merikren Truck Simulator, Donnerstag Fragmented Together mit dem UFO und dem Delfino. Und Skylines weiß ich noch nicht, ob ich das zum Laufen bekomme. Das ist gerade ein bisschen, das ist noch nicht aufgenommen. Und deswegen ist das immer unschlüssig, wie das Skylines gerade bei mir funktioniert. Ist immer mal ein bisschen komisch. Dasselbe wie am Samstag, Skylines steht noch nicht so fest. Freitag wie gesagt, der Merikren Truck und auch Minecraft die Insel geht wieder weiter. Am Samstag gibt es noch mal ein Nordic DLC von Train Fever und am Sonntag ist geballte Ladung, ETS und TF. Dazu gibt es ja noch den Uploadplan um 15 Uhr und um 18 Uhr das Wetterupdate für die kommende Woche, die ja auch noch vom 13. bis 20.06. dotiert ist, was natürlich nicht der Fall ist. Das kann ich auch gleich nochmal ändern. So. Ich sehe das gerade nicht, aber ihr seht gleich. Ihr seht das gleich. Von 20. bis zum 26. Gehen wir wieder hier rüber. Das ist gerade noch nicht. Aber gleich müsste es ja da stehen. Gleich, 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 gleich. Ich möchte das jetzt nicht. So in die Länge ziehen gerade. Aber wir wollen ja hier ordentlich arbeiten, deswegen warte ich auch exakt, bis dort 20.000 bis 26.000 steht. Und das ist jetzt der Fall. Juhu, wir haben es geschafft. Ich wünsche euch wie gesagt noch einen wunderschönen Sonntag. Und wir sehen uns dann. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.